19 Uhr, die Nachrichten. Bund und Länder haben angesichts steigender Infektionen mit der Omikron-Variante weitergehende Corona-Regeln vereinbart. Sie verständigten sich auf eine 2G-Plus-Regelung beim Gastronomiebesuch. Genesene oder Geimpfte, die noch keine Auffrischungsimpfung haben, müssen künftig einen zusätzlichen aktuellen Test vorlegen. Die Länder sollten die Regelung bald möglichst umsetzen, sagte Bundeskanzler Scholz in Berlin. Weiterhin geeinigt habe man sich auf eine Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsauflagen, auch bei Schülern. Alle 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten hätten sich zudem dazu bekannt, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, betonte Scholz. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte, er sei skeptisch, ob die beschlossene 2G-Plus-Regel für die normale Gastronomie sinnvoll sei. Man werde prüfen, ob diese Regelung im Freistaat notwendig sei. Für Sachsen-Anhalt erklärte Regierung-Chef Haseloff, dass die 2G-Plus-Regelung in seinem Bundesland nicht umgesetzt werden müsse. Anders als in anderen Ländern gäbe es hier fast nur die Delta-Variante des Virus. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst bekräftigte seine Forderung, die epidemische Lage nationaler Tragweite wieder einzuführen. Die NATO ist nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg bereit für einen neuen Dialog mit Russland. Nach einer Videokonferenz mit den Außenministern der Bündnisstaaten machte er aber zugleich klar, dass die NATO sich auch auf ein mögliches Scheitern der Gespräche vorbereitet. Hintergrund der kurzfristig angesetzten Konferenz sind russische Forderungen nach neuen Sicherheitsvereinbarungen sowie die verstärkte militärische Präsenz russischer Truppen in der Nähe der Ukraine. Moskau will erreichen, dass sich die NATO-Staaten verpflichten, auf dem Gebiet der Ukraine und anderer Staaten Osteuropas militärische Handlungen zu unterlassen. Stoltenberg betonte, die NATO halte an ihrem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts eines Landes fest. Bereits am Montag wollen Spitzenvertreter der USA und Russlands in Genf direkte Gespräche führen. Auch die Regierung Luxemburgs hat rechtliche Schritte gegen die Pläne der EU-Kommission angekündigt, Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig einzustufen. Man werde sich einer Klage anschließen, sagte Umweltministerin Die Spursch, dem deutschen Medienunternehmen Table Media. Zuvor hatte bereits Österreich mit einer Klage gedroht. Luxemburgs Umweltministerin sagte, man habe mit der Regierung in Wien vereinbart, sofort zu reagieren, wenn die EU-Kommission den Rechtsakt verabschiedet habe. In Deutschland hatte zuletzt ein breites Bündnis von Umweltorganisationen die Bundesregierung aufgerufen, die von der EU-Kommission geplante Einstufung zu verhindern. Das Bündnis erklärte, die neue sogenannte EU-Taxonomie gefährde die Energiewende und den Klimaschutz in Europa. Investitionen würden stattdessen in fossile und atomare Technologien gelenkt. Auf den Bahamas ist der US-Schauspieler Sidney Poitier gestorben. Er wurde 94 Jahre alt. Poitier war mit Filmen wie Flucht in Ketten, Lilien auf dem Felde und in der Hitze der Nacht der erste afroamerikanische Superstar in Hollywood. Für seine Hauptrolle in Lilien auf dem Felde wurde er 1964 mit einem Oscar ausgezeichnet. Das Wetter. In der Nacht im Osten nachlassende Schnee- und Regenfälle und teils auflockernde Bewölkung. In der Südhälfte gebietsweise kräftiger Schneefall. Verbreitet Glätte. Tiefstemperaturen zwischen plus 2 und minus 5 Grad. Morgen in der Mitte und im Südosten etwas Schneefall oder Regen. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken bei 2 bis 6 Grad. Und die weiteren Aussichten am Sonntag meist stark bewölkt mit Regen, Schnee oder Graupel. Im Bergland teils kräftige Schneefälle. 1 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. 3 Bis 7. Spannende 5 5 Vielen Dank.